Naja, sieht ja aus als ob heute mal wieder ein Sonnenuntergangsvideo gibt. Da ist ja soweit, hoppla, erst mal alles frei. Deshalb bin ich auch mal ein bisschen höher gefahren hier. Ja, bisschen mal eine andere Aussicht genießen, weil so sauber ist ja doch selten. Das ist der Krater von Zed Zidatsch da hinten, falls das Ihnen interessiert. Und da unten ist mein Hometown, Mosterosch. Und ich bin jetzt hier auf dem Berg und mach mal wieder ein Hühnchen. Willi